Es wird sich fertig gemacht für die Skifahrt. Die Kontaktlinsen müssen drin sein. Das Toiletteisen ist am Start. Die Haare müssen auch unterm Helm sitzen. Und die Skijacke. Nicht meine Unterhosen filmen! Das Bremer Kippenberg-Gymnasium auf Skiklassenfahrt. Habt ihr Bock? Ja! Unterwegs mit 73 Schülern im österreichischen Auf geht's! Leute, so geile Piste! Mega geil! Hast du Spaß? Ja, Spaß! Unter den Jugendlichen befinden sich einige Fortgeschrittene und Profis. Und da, die Göttin der Piste, Paula, kommt mir entgegen. Ein Traum. Und etwa die Hälfte der Gruppe stand noch nie auf Skiern und nimmt deshalb an den täglichen Anfängerkursen teil. Wir haben die Grundhaltung gelernt, oder? Und wie geht's? Wie schaut das aus? So wie bei Freddy? Ja! Jedenfalls nicht. Freddy! Abends treffen sich wieder alle auf der Hütte. Sie spielen Spiele miteinander. Schluss das! Schluss das! Spornen ihre Lehrer zu Höchstleistungen an. Oder fliegen mit Major Tom eine Runde durch die Galaxie des Apres-Ski. So wie es sich im Skiurlaub gehört hat. Ja! Ich bin Skiurlauber. Oh! 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 Oh!